Hallo, wie geht es Ihnen? Mein Name ist Leon, ich bin Urologe. Und ich werde Ihnen alles über die Pulsero-Behandlung erklären. Welcher Mann würde nicht gerne seine Potenz steigern, seine tägliche Energie erhöhen und sogar die Größe, Dicke und Kraft seines Penis steigern? Probleme wie vorzeitige Ejakulation, schwache Erektion und unterdurchschnittliche Größe oder Dicke sind einige der Probleme, die das Leben von tausenden von Männern in ganz Deutschland plagen. Und wenn ein Mann über 35 bis 40 Jahre alt ist, beginnen diese Probleme immer häufiger zu werden. Aber sie sollten nicht sein. Die meisten Männer greifen in diesen Fällen zu den auf dem Markt erhältlichen Stimulantien, wie dem berühmten Little Blue. Das große Problem bei diesen Produkten ist, dass sie nicht nur das Herz beschleunigen und extrem gefährlich für die Gesundheit sind, sondern auch eine extrem kurzzeitige Wirkung haben. Was bedeutet, dass sich die Probleme nach ein paar Stunden wieder normalisieren, nicht wahr? Dann muss man sie immer wieder einnehmen. Einem Team von Wissenschaftlern der Universität von Colorado, das eine Lösung für diese Probleme, die die meisten Männer plagen, finden wollte, ist es gelungen, ein neues stimulierendes Präparat mit natürlichen Wirkstoffen zu entwickeln. In den Vereinigten Staaten hat es bereits Little Blue in Bezug auf den Verkauf überholt und in Deutschland wurde es gerade veröffentlicht. Diese innovative neue Formel, die von dieser Gruppe von Wissenschaftlern entdeckt wurde und die im Handel unter dem Namen Pulsero erhältlich ist, wirkt direkt auf die Durchblutung der Beckenregion, wodurch Potenz und Potenz, aber auch Größe und Dicke gesteigert werden. Gegenwärtig leiden mehr als 67% der Männer in Deutschland täglich an irgendeinem Problem im Zusammenhang mit Erektiler Dysfunktion. Diese Statistik hat Experten auf diesem Gebiet alarmiert, die erkannt haben, dass ein radikaler Wandel auf dem Markt der Männergesundheit stattfinden muss. Die Formel dieses stimulierenden Präparats zwingt den Körper dazu, den Blutfluss in der Penisregion dauerhaft wiederherzustellen. Die Formel von Pulsero enthält konzentrierte natürliche Wirkstoffe in spezifischen Mengen, um diesen Blutfluss zu erhöhen, ohne Herzrasen oder Nebenwirkungen. Aber ich gebe Ihnen eine sehr wichtige Warnung, diese Behandlung wird nicht in Apotheken verkauft, sie wird nicht auf Amazon verkauft, sie wird nicht auf Facebook-Gruppen verkauft, sie wird nur auf der offiziellen Website verkauft. Um Ihnen zu helfen, werde ich die Originalprodukt-Website unten verlassen, um zu verhindern, dass Sie ein gefälschtes Produkt im Internet kaufen, hier haben Sie eine 365-Tage-Garantie zu verwenden und die Wirksamkeit der Behandlung zu beweisen. Um einen Kauf zu tätigen, ist es sehr einfach, geben Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an und das Pulsero-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihren Fall besser zu verstehen und die genaue Menge der Behandlung für Sie zu empfehlen. Dieser natürliche Wirkstoff steigert die Durchblutung der Beckenregion um das bis zu 17-Fache und erhöht die Potenz ab dem 35. Ein Team von Wissenschaftlern der Universität von Colorado in den Vereinigten Staaten hat nach sechs Jahren Forschung und unzähligen Experimenten und Tests herausgefunden, welche Wirkstoffe in der idealen Kombination am ehesten geeignet sind, die Potenz eines Mannes über 35 Jahre hinaus dauerhaft um das 17-Fache zu steigern. Nach Ansicht der Wissenschaftler sind Größe und Dicke des Penis eines Mannes sowie seine Erektionsfähigkeit, seine Potenz und seine männliche Energie genau von der Durchblutung der Beckenregion abhängig. Es gibt Männer, die aufgrund einer genetischen Veranlagung eine sehr geringe Durchblutung in dieser Region haben, was dazu führt, dass sich das Glied nie vollständig entwickelt und sehr früh aufhört zu wachsen, was zu einem kleinen oder dünnen Penis führt. Es gibt auch Männer, bei denen die Durchblutung der Region im Laufe der Jahre auf natürliche Weise abnimmt, was zu Unwohlsein beim Geschlechtsverkehr, vorzeitiger Ejakulation und einem Mangel an Energie und Bereitschaft im Alltag führt. Pulsero ist das Ergebnis einer Forschung, die sich auf diese Probleme konzentriert, die Männer in Deutschland und auf der ganzen Welt plagen. Die Teilnehmer der Studie in Europa, den Vereinigten Staaten und Brasilien berichteten. Gesteigerte Stimmung und Energie auf täglicher Basis. Mehr Energie beim Sex. Hilfe bei vorzeitiger Ejakulation. Erhöhte Größe, Dicke und Potenz. Die Pulsero-Formel hat bereits Tausenden von Männern in den Vereinigten Staaten und Europa geholfen, und jetzt sind Tausende von Spaniern dabei. Ihr Leben buchstäblich dauerhaft zu verändern. Da es aus natürlichen Wirkstoffen besteht, beschleunigt Pulsero das Herz nicht, hat keine Nebenwirkungen und keine Kontraindikationen, was zu der großen Popularität beiträgt, die Pulsero in Deutschland und auf der ganzen Welt gewonnen hat. Länger anhaltende Erektionen. Der Wirkstoff des Pilzes ist perfekt, um sich um ihre Erektion zu kümmern, so dass sie sich nur noch darum kümmern müssen, ihren Partner zu befriedigen, mit Pulsero werden sie länger durchhalten. Die Nachfrage nach diesem Präparat ist in den letzten Tagen jedoch gestiegen. Und da jede Flasche Pulsero in einer FDA-registrierten und zertifizierten Einrichtung hergestellt wird, dauert es einige Zeit, bis eine neue Charge des Präparats produziert ist. Sie müssen also schnell handeln, um es zu kaufen, bevor der Vorrat zu Ende geht. Pulsero wird das Volumen und die Größe ihres Penis auf überraschende Weise erhöhen. Es wird empfohlen, es ab drei Monaten der Behandlung zu verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Ich hoffe, dass ich Ihnen geholfen habe und dass es Ihnen gelingt, Ihren Penis mit dieser Behandlung zu vergrößern. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, Ihren Penis mit dieser Behandlung zu vergrößern.